Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde The Forest, mit Voucher, mit unserem Nameless und keiner Stimme mehr. Schön, dass ihr reinschaut, Leute. Ein neuer Tag begrüßt uns. Das Licht des neuen Tages ist immer wunderschön hier am See. Wir haben heute ein paar Umbauarbeiten vor uns. Oben habe ich ein Tor, das ich noch setzen will. Ihr erinnert euch, ich habe ein Stückchen Wohl rauskauen und die Falle müssen wir umsetzen. Die habe ich auch abgebaut. Die Wildgänse fliegen davon, eigentlich sind es Raben. Und eigentlich steht schon die nächste Reise auf dem Plan. Ich will ja diesen See in unsere Bauweise integrieren. Das heißt, wir müssen die Blueprints holen für die Kirche und für die Kreuze. Aber, jetzt waren wir zwei Tage unterwegs, jetzt will ich heute da oben mal gucken, dass wir zumindest ein bisschen die Wall fertig bekommen und alles, bevor wir wieder aufbrechen. Und dann machen wir in einer Folge, holen wir die ganzen Blueprints, die es letztes Jahr im Dezember gegeben hat. Jetzt pass auf, was wollte ich machen? Wasser wollte ich holen. So, ey, meine Stimme, Alter, ich sage es dir. So, das gehen wir jetzt noch gemütlich abkochen. Und dann zeige ich euch schon mal unser neues Loch. Beziehungsweise, das sollten wir auch recht schnell angehen, bevor die tatsächlich dann wieder in der Base drinstehen. So, mein Freund. Ah, herrlich. Schöne Runde war es im Schnee. Hat mir sehr gut gefallen. Auch herzlichen Dank für eure Rückmeldungen. Hier, ne, habe ich rauskauen. Da werden wir gleich dran gehen. Ich koche aber schon mal das Wasser parallel ab, weil er hat nämlich gleich Durst wie Sau. Schönes Ründle war es. Ich freue mich jetzt aber auch auf die Blueprints. Möchte nur zwischendrin. Wir müssen mal gucken, dass wir eins fertig bauen hier, bevor ich dann das nächste ranhole. Brems, alles klar. Nein. Jetzt habe ich mir eine Suppe gemacht. Jetzt lasse ich es mal drin. Mal gucken, ob das überhaupt einen Effekt hat. Und ob ich es in meinen Beutel eingefüllt kriege. So, ich will nämlich tatsächlich hier nicht länger warten, wie ich muss, bevor die dann kommen und uns begrüßen. Stopp. Ich will hier auf jeden Fall eine Tür haben, weil ich probiere nämlich ganz oft schon hier hinten rauszukommen, habe ich gemerkt. Und da macht es ja Sinn. Allerdings. So, viel näher muss es nicht. Wie viel braucht denn das hier? Fünf. Kann ich hier eine Tür rausklopfen jetzt? Ja, ich kriege eine Tür rein. Eine Doppelte kriege ich nicht rein, ne? Naja, aber brauche ich auch nicht unbedingt. Was wir allerdings brauchen ist Hölzer. Hier kann ich durch, ne? Ey, da musst du aufpassen wie ein Fuchs. Da musst du aufpassen wie ein Fuchs hier. Mit den Fallen. Ich bin mal gespannt. Können wir eigentlich einen Counter anschmeißen? Wie oft renne ich in die Fallen rein, bis die Staffel rum ist? Ich schätze, das war nicht das letzte Mal gestern oder vorgestern, wann das war, ne? Die müsste jetzt genau hier durchfliegen normalerweise. Naja, nehmen wir das... Sag mal, ist die wirklich noch nicht fertig gebaut hier? Tatsächlich. Komisches Gefühl, wenn man da so durchläuft. So, weiter geht's. Den kannst du auch noch. Wir haben es nicht so dicke. Ja, hier kannst du noch komplett rumlaufen. Da ist noch gar nichts. Die da ist zwar fertig, wo der Lego an sich gerade tummelt. Ist eigentlich... Das ist auch eine Sau, gell? Er hat sich auf die Falle gestellt und sagt, hol mich doch. Hol mich doch, Wautscher! So, ich mach das gleich zu. Dann sind wir wieder sicher. Dann können wir unser Wasser abkochen. Beziehungsweise trinken. Ja, guck mal, wie ist es geflogen. Ist gar nicht schön. So, den hier noch. Zack. Zack. Drinnen müsste eigentlich auch noch einer liegen. So, die Tür funktioniert schon mal. Und wenn wir uns den jetzt noch holen. Weil den müssen wir sowieso fällen. Bevor die dann praktisch da hochklettern. Oh. Ich weiß nicht, ob ich den Demolition Mode wieder ausgemacht habe. Muss ich nachher mal gucken. Weil da zeigt es nämlich jetzt das Hämmerle an. Ne, scheinbar passt wieder alles. So. Oh, das sieht ja schrecklich aus hier. Das ist ja gar nicht richtig dran. Mach mal zu. Hast du gesehen? Das schielt hier raus, ne? Oh, das hätte jetzt scheiße ausgesehen. Kriege ich es dann überhaupt so hin, wie ich es will? Ah, das nachträgliche Hinsetzen ist einfach bescheuert. Guck mal. So muss ich es machen, ne? Dass es einigermaßen etwas aussieht. Aber egal. So, das war alles. Die restlichen liegen jetzt unten im See, oder? Okay, jetzt habe ich hier noch einen Dreier offen. Den hole ich mal jetzt da vorne. Halt. Der da muss auch weg. Normalerweise muss sogar der hier noch weg. Sind die schon nachgespawnt, die Bäume, gell? Wahnsinn, wie schnell das ging. Ich habe auch schon angefangen, die ersten Steine zu setzen noch. Ich konnte natürlich nicht ausmachen. Habe da schon mal angefangen, ein paar Steine zu sammeln und in den Steinbehälter zu legen, dass wir Vorrat haben. Ich will nämlich die Türme verkleiden mit Steinen, ne? So, pass auf. Die beiden nehme ich aber noch mit. Den von hier. Ach, jetzt hast du ihn hier an die Falle dran gebaut. Ja gut, müssen wir ja auch noch fertig machen. Passt also, ne? So. Ja, so leicht wölbt es raus, aber das ist ja minimal, weil durch die Tür hier sieht es trotzdem ganz gut aus. Wichtig ist, dass wir wieder sicher sind. Dann passen wir auf, dann hauen wir kurz den Stumpf hier weg. Direkt vor der Tür stumpfen. So, der Stumpf ist weg. Vogelhäuschen. Habe ich erst ausgeräumt, glaube ich. Die drei sind auch noch da. Jetzt pass auf, ich zeige es euch mal kurz. Ihr kennt das wahrscheinlich noch von einer anderen Staffel. Ich will allerdings hier wirklich mal zumindestens den Turm, ne? Also diese Türme, überhaupt diese Türme. So, Steine habe ich jetzt, glaube ich, genug. Lass mich mal kurz raus. Ich will die bis hoch verkleiden. Das sollen so richtige Mauern werden. Einmal will ich es schaffen, dass die ganz oben ankommen. Und der Turm ist nicht so hoch. Da geht es, weißt du? Da können wir das nämlich mal probieren, wie das aussieht. Wenn wir eine richtig schöne Festung haben mit Steintürmen. So, jetzt setze ich den nächsten hier drauf. Der müsste eigentlich auch schon. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Komm, wir machen das gleich fertig, das Stück. Dafür habe ich das Zeug ja geholt, ne? Wie gesagt, heute Gruselrunde. Morgen brechen wir dann kurz auf, holen die Blueprints. Und dann können wir anfangen einzeichnen übermorgen. Und das sieht bestimmt gut aus. Ich freue mich da voll drauf auf die Fleck unten. So, habe ich noch welche drin? Ja, ist natürlich nicht allzu viel immer hier im Vorrat. Aber genug, um zumindestens noch mal ein Stück Mauer zu sehen. Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Und da das hier ja auch nur... Ich weiß ja, von innen muss ich es ja gar nicht machen. Von außen erst mal. Nur mal von außen. Innen können wir uns dann später, wenn wir Zeit haben, immer noch überlegen. Jetzt bleibe ich dran, oder? Komm her, ich hole noch Steine. Jetzt will es wissen. Sammel ein, was du kannst. Ne, das komme ich von hier nicht dran, doch. Zieh es dir rein. Bämsel hat es gemacht. Nochmal welche. Jetzt machen wir Folgendes. Ich will ja nicht dauernd anzeichnen. Ich will ja auch mal die Sachen fertig gebaut haben irgendwann. Wir machen jetzt Folgendes. Ich suche jetzt noch einmal Stein. Bis diese Lage fertig ist. Dann setze ich die nächste drüber. Und die bauen wir aber nicht heute aus. Sieht jemand Steine? Ist alles nachgewachsen hier drin. Das sind teilweise Bäume nachgewachsen. Alles, gell? Schön. Da gucken wir jetzt immer, wie die nachwachsen. Die schön lassen wir stehen. Die nicht so schön oder die nicht so ins Base-Bild passen. Ins Base-Bild. Die machen wir dann natürlich wieder weg. So, komm. Das gönnen wir uns jetzt noch. Dann sehen wir nämlich zumindest schon mal, wie das dann werden soll. Hier. Ja, aber dann leg mal, das sind dann nachher überall diese Steintürme. Wenn die Tür zu ist, dann kommt das auch gar nicht schlecht, glaube ich. Ja, man hätte jetzt natürlich eigentlich das alles von innen anzeichnen müssen. Sie sehen, hier geht es ja dann gerade weiter. Hier geht es ja dann gerade weiter. Mal ganz kurz die Tür nochmal aufbohren. Mach das mal weg. Dass ich da nachher nicht durcheinander komme. So, und den setze ich tatsächlich dann hier an. Ziehen nur bis hier. Ja, können wir eigentlich bis hierher ziehen. Und dann bis hierher durch. Wupp, bis hoch. Und das mache ich überall an den Türmen immer so zwischendrin. Gerade so 10, 20 Steine vor jeder Folge. Dann sind wir da irgendwann auch fertig, ne? So, hier geht es weiter. Die Falle muss ich nachher noch setzen. Die Tür hinten haben wir schon gemacht. Das Wasser. Ich sehe gerade, der blinkt ja schon rot hier, der Kollege. So, mein Freund. Jetzt gucken wir mal, ob du das Süpple da reinkriegst. Nee. Geht nicht, ne? Er hat zwar jetzt Wasser im Gesicht, sage ich schon. Das geht nicht, weil ich halt eine Aloe Vera oder irgendwas rein habe. Müssen wir nochmal kurz runter Wasser holen. Dass da halt jetzt auch nachher was im Schlauch mal drin ist, ne? Eins Hüppchen hat er gegessen, unser Neblis. Guck dir das an. So. Nee, Dreckwasser brauchst du da nicht einfüllen. Da ist nichts drin jetzt, ne? 18. Doch, da ist noch ein Schluck drin von gestern. Aber wir nehmen trotzdem Frisches mit. So, herrlich. Und jetzt bin ich mal gespannt. Was sagt denn die Anzeige? Sammle 43 Steine. Können wir ignorieren. Wir brauchen 28 Baumstämme. Ich habe noch zwei Stangen Dynamit. Alles andere wie Schädel, Stöcke, Blätter. Bis auf Blätter und Steine haben wir alles, was noch offen ist hier. Das heißt. Das heißt. Ich muss jetzt mal durchgucken. Hier fehlt ein Stamm. Was fehlt hier? Was fehlt in dieser Falle hier? Auch noch vier Stämmen. Sehr gut. Rest haben wir. Hier brauchen wir jetzt auch nichts mehr. Wo sind denn noch Schädel offen? Muss ich mal direkt außen rumsausen. Alter, wir haben das ganze Ding schon fast zu hier, ne? Da vorne fehlt nochmal ein bisschen was. Und natürlich die neue Falle, die ich noch anzeichnen muss. Komm, dann bringen wir mal die ganzen Sticks hier an. Angeblich habe ich so viele im Beutel, wie wir brauchen. Hier noch Stämme. Das heißt, eine Stange links, eine rechts. Dann passt's. Und hier müssen wir die Fallen noch nachziehen, ne? Das kriegen wir heute auch noch hin. Die eine habe ich weggemacht, die falsch umsaß. Super. Flappt das Ding ins Gesicht wieder. Hier ist ein bisschen eng, gell? Guck mal, da sind auch schon wieder zwei Bäume. Die waren gerade eben doch noch nicht gestanden, oder? So, jetzt aber vorsichtig, dass du nicht wieder Fehler machst. Erstmal anzünden. So, dann den Topf drauf. Und jetzt am besten einfach nur die Finger weg. So, sollen wir die innen drin gleich wieder fällen? Ich würde sagen, ja. Wo brauche ich denn da zum Beispiel? Hier, den können wir in die Richtung fällen. Dann haben wir auch oben die Bridges fertig. Sehr schön. Da fehlt auch noch ein bisschen. Ja, guck mal, 28 Hölzer. Das kriegen wir heute ganz gemütlich fertig, bevor wir dann das nächste anzeichnen wieder, ne? Was draußen liegt, kann ich ja dann später holen. Wo ist denn der hingeflogen, der eine? Hier fehlen jetzt nämlich mal viele. Mal kurz an der Wall entlang, dann kriege ich den einen nämlich. Zack, verbaut ist er schon. Machen wir das hier weg. Jetzt überlege ich gerade. Ich meine, die drei Bäume, wenn die ab und zu nachwachsen, wenn du mal geschwind Loks brauchst, hier drin, die lasse ich mal stehen, ne? Ja, die lasse ich mal stehen. Wird Zeit, dass wir unsere sedile Kirche unten aufbauen. Ohne Witz, ich freue mich voll drauf, dass wir wieder unsere Religion frönen können, oder? Da stammt der Sedile hier. So, mein Freund, die sind auch schon alle fertig, fast so wie ich das sehe hier, ne? Ah ja, uns fehlt ja nicht mehr viel. Geile Geschichte. Zwei hier. Und den schnappst du dir noch wieder zurück. Söhn, äh, schön, Söhn, Söhn, meine Freunde, Söhn. Jetzt geht's ab, Babysprache. So, die sind auch durch. Ja, wie cool. Da vorne fehlt noch, siehste? Hier, pass mal auf, dann fälle ich uns noch. Aber ist das ein Baum oder ein Stickbar? Das ist ein stabilerer, ne? Der bringt vier Loks. Nehmen lässt alles ruhig. Hast drei Mutantenrüstungen, dir kann nichts passieren. Wo fehlen denn bitte zwei Schädel? Wahrscheinlich draußen irgendwo bei der Fallenbeleuchtung. Müssen wir gleich mal gucken gehen. Und da will ich ja einmal ums Karree laufen jetzt hier gleich, ne? Wenn das fertig ist hier. Wie viel fehlen da noch? Zwei? Jo, das müsste es gewesen sein. Habe ich zufällig ein Seil? Ich habe ein Seil. Dann lassen wir uns mal ganz kurz hier nach oben den Weg aufzeichnen. Dass wir zumindest von mehr als nur einem Turm hochkommen. Wo war denn diese Seilgeschichte? Das war die Plattform. Hier. Dann bauen wir den hier hin. Oder will ich da vielleicht von da nach darüber laufen später noch? Ich glaube ja. Dann würde ich nämlich fast sagen, ich mache es hier hin. Ey, das können wir machen. Ich zeichne die Brücke gleich noch an. So, wir sind da, gell? Ich glaube, ich höre sie. Der Turm ist schon eine Ecke höher. Alter, ist das gut jetzt? Ja, da bauen wir von hier noch eine Brücke rüber. Dann kann ich auch vom Essen. Wobei das unnötig ist. Wobei es eine Abkürzung wäre, gell? Wenn ich mal geschwind hierher muss. Sollte man vielleicht machen. So, jetzt laufen wir hier einmal rum. Ob auch wirklich alle gebaut sind. Guck dir das an. Ist das nicht geil? Ich liebe das immer. Wenn das dann fertig ist und du kannst es bedienen. Finde ich super. Finde ich echt super. Ja, da ist ja jemand. Ja, da ist ja jemand. Ich kriege... Oje. Zack, ist der tot. Ein Treffer war es, aber du musst viel höher ansetzen. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die zwei Falten. Guck mal, wie toll das aussieht. Komplett einmal abgestottert. Also hier sind wir schon mal bis daher dicht, glaube ich. Da vorne soll dann ein Weg bleiben. Geschwind mal der Nebenkopf. Ach, ich komme ja durch die Dinger trotzdem durch, ne? Ich dachte, die sind weggerannt. Sind sie jetzt doch noch hier? Wie soll ich denn arbeiten, wenn ihr ständig da seid? So, jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken. Da hinten die Fallen machen wir zum Schluss. Da hinten rennen die Patrouillentypen rum. Ja, komm hier vor. Am besten, dann war es das gleich mit dir. Zack. Siehste? Na, na. Nicht so wild. Jetzt war in die Falle reingeschossen. Drei Pfeile hat sie schon gefuttert. Hört sich an, als wäre sie unter uns, gell, schon? Die ist auch unter uns. Verdammt. Kriege ich sie? Ne, ne? Höchstens sicher lass mich runterfallen. Ach, ich stehe auf der Mauer. Ich wollte gerade sagen, wo bin ich denn jetzt? Ist ja ausgewichen. Drüber geschossen. Die ist verwirrter als wir, oder? Jetzt haben wir sie endlich. So, weiter geht's. Kurzer Moment. Oh. Huh. Klar wieder rein. Alter, Alter. Die Jungs sind schon da. Da vorne kommen sie durch, ne? Was ist denn das hier? Ne, da will ich kein Dynamit reinstecken. Mit Sicherheit, ne? Nehmen wir die Axt wieder in die Hand. Ich spanne mal kurz eine Falle auf oder zwei. Okay, das war klar. Blöd sind sie ja nicht, ne? Nur Sedil. So. Ja gut. Das ist halt der Nachteil, wenn man unter den Patrouillen baut. Aber ganz ehrlich, dauert es halt ein bisschen länger, bis du alles fertig hast, ne? So hast du dann trotzdem das Umfeld. Du kriegst ziemlich schnell mit, wie die Nachbarschaft reagiert auf dich. Mein Problem ist allerdings, nicht die Nachbarschaft. Ich muss schon wieder essen und trinken. Kurzer Moment. Jetzt warten wir mal. Vielleicht hauen sie ja dann ab. Ich würde schon gerne heute das fertig kriegen. Bevor wir das nächste anzeichnen. Stopp. Was hätte ich gedrückt gehabt? So. Trink den Schluck. Und füll den Rest hier rein. Mit deinem Topf wieder in die Hand. Kurz hoch was gegessen. Und dann geht es weiter. Wollen wir wahrscheinlich in die Nacht reinkommen jetzt gleich, ne? Joa, ist aber nicht schlimm. Vielleicht gehen wir auch kurz in die Höhle Alkohol holen. Muss mal gucken. Insgesamt 17 Baumstimme sind es nur noch. Wenn nicht, gehe ich kamikaze mäßig kurz raus. Ist das noch nicht fertig? Kann das sein? Erst mal den Fisch. Der ist auf jeden Fall fertig. So, siehst du? Bist du einmal gestärkt, mein Freund. Und jetzt kommen wir nämlich hier schon vor. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde gerne da die Dynamitstange jetzt reinhauen. So. Zündet sie schon mal an. Hier lasse ich sie einfach fallen. Bei den drei Bäumen. Die fliegen ja dann auch fast vor. Dann drehe ich mich schon mal hin. Der ist auch mit. Sehr gut. Dann bringen wir die jetzt einfach hier an. Dann ist das doch schon erledigt. Guck mal, die fliegen eh bis fast ganz vor, ne? Jetzt musst du nur aufpassen. Die eine ist schon fertig gebaut. Langsam. Die nächste ist auch mehr oder weniger schon fast so gut wie fertig. Zack. Okay, die nächsten zwei Stämme machen zwei Fallen fertig. Es sind aber noch welche übrig. Vielleicht zeichne ich noch kurz was an. Die ist fertig. Die haben wir durch. Und weil die gerade so schön liegen, machen wir direkt mal hier weiter, würde ich sagen. Den haue ich jetzt von Hand weg. Stumpf weg. Und dann kommen hier auch nochmal welche rein. Es muss halt nachher wirklich so sein, dass es nur ein, zwei Zugänge gibt. Und wenn sie die erwischen, haben wir die Brandfallen, ne? Das war so die Idee dahinter. Jetzt pass auf, ich muss wieder auf die Fallen. Stopp. Sehr geil. Dann drehen wir sie gleich ein. Das ist dick nach vorne. Okay, du musst erst hier wegmachen. Oh ja, und die Schädel muss ich noch aufhängen. So, das Thema ist schon mal durch. Parenga. Und Katzenga. Und so ein paar von den Schwungfallen will ich auch noch aufsetzen. Dann aber jetzt, weißt du, nicht hier bei uns an den Bäumen, sondern so vereinzelt. Einfach, dass da ein bisschen mehr Leben reinkommt, wenn da ein Angriff kommt. So, die würde ich dann sagen hier. Und dann machen wir in die Mitte noch eine rein. Die sind so billig, die sind so effizient, so günstig, die Fallen. Ist der Hammer, wie billig die eigentlich sind, ne? Kriege ich die gleich fertig gebaut oder sind die Stämme zu wenige? Gucken wir mal eben. Da sind so viele noch gewesen. Ja, passt. Sind sie jetzt im Innenkreis wieder gerade, ne? Ich habe sie gerade laufen gesehen, glaube ich. Die ist fertig. Die ist fertig. Und ein Stamm wird noch sein. Jo. Die ist dann auch fertig hier. Nee, da fehlt noch einer. Kommt schon neben mir. Da liegt bestimmt noch irgendwo einer rum. Es liegt immer noch einer. Ja, da liegen sogar noch mehrere. So. Dann haben wir hier jetzt auch einen Haken dran. Jetzt kommt hier die nächste wieder hin. Die habe ich ja abgerissen gehabt, ne? Hier ist übrigens die Schädellampe. Dann würde ich sagen, halten wir uns auch daran, dass ich sie hier wieder dazu setze. Also, das war so eine, ne? Nur dieses Mal drehst du sie gleich richtig rein. Oh. Oh. Offensichtlich. Will der, dass ich hier sauber mache? So geht die nicht weg. Kurzer Moment. Da vorne ist der zweite Schädel. Dann haben wir das auch erledigt. Komm her, mache ich gleich. Dann wäre geil. Die spanne ich mal wieder auf. Müssen wir nachher wahrscheinlich auch einmal komplett durchgehen. Die ganzen Sticks hier, die nehme ich weg. Okay. Jetzt pass auf. Wir gucken hier nochmal. Der Stumpf muss weg. Und dann sollte es jetzt normalerweise möglich sein, dass ich es jetzt... Kann sein, der hintere Baum vielleicht noch schön. Ne, ne, passt ja. Ich muss ja... So würde ich sie setzen. Sie soll nur nach Möglichkeit halt nicht in der Lampe drin hängen. Naja, das wird schon hinhauen. So, lass mich gucken. Zwei Seile, zwei Steine. Ist alles erledigt. Zehn Sticks und vier Bäume. Waren noch welche? Hier liegen noch welche? Zwei Stück. Vielleicht kriegen wir die noch fertig. Zwei sind schon mal dran. Und da vorne lagen doch auch noch welche rum, oder? Es wird tatsächlich Nacht. Wir haben durchgebaut. Ich mag das durchbauen. Da weißt du, was du geschafft hast, wenn der Tag vorbei ist. Ne, keine Stämme mehr. Muss ich nochmal kurz einen Baum machen wahrscheinlich. Nehmen wir schon mal ein paar Sticks mit. Hier. Sticks, Stein, Sticks. Komm, einen können wir noch fällen hier. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir noch eine Ecke frei. So, ich würde sagen, dass da noch so drei, vier Sturzfallen hinkommen und vielleicht noch eine Happy Birthday. Dann sind wir da fertig mit dem Ring. Dann haben wir den Feuerring. Da fehlen uns noch ein paar Blätter, aber die kommen jetzt mit der Zeit auch. So, Baumstämme sind noch zehn offen. Bin ich aber auch mal gespannt, wo die hin sollen. Wieso zehn? Ich habe da nichts mehr gesehen jetzt gerade. Wo sind die jetzt hingeflogen? Ey, Alter, wie schnell ich die Dinger von hier aus den Augen. So, vier Sticks noch. Da sind noch weitere Loks. Komm mal kurz hin. Ne. Dann lass die mal hier liegen. Hau die Sticks. So, jetzt nochmal ablegen. Irgendwas stimmt nicht. Ein Baumharz. Ein Baumharz brauche ich angeblich noch. Acht Baumstämme. Also irgendwo ist noch was offen, was acht Baumstämme verschlingen will. Jetzt habe ich es ja natürlich gehört. Jetzt gehen wir rein, Leute. Dann machen wir den Rest, bevor ich dann morgen mit euch aufbreche für die Blueprints. Ganz einfach. Hier war die Tür. Dann sehe ich es auch gut. Was braucht noch? Habe ich irgendwo noch Lampen offen? Müssen wir hier nochmal kurz rauslinsen. Ah, guck mal an hier. Was braucht der hier noch? Ah. Der bräuchte auch nochmal vier. Dann machen wir das ja noch kurz fertig. Die werden uns jetzt nicht gleich aufknüpfen hier, oder? Irgendwo fehlt noch ein Baumharz. Ich weiß nur nicht wo. Irgendwo muss noch eine Lampe sein. Und ich bin natürlich hellhörig. Ich habe zwar keine riesen Angst mehr vor denen, aber von hinten angegriffen werden, das schreckt doch zu sehr. So, zwei. Mal kriege ich den raus. Ohne, dass ich die Falle auslöse. Ja. Zack. Und die anderen liegen, glaube ich, im Kreis drin. Den hole ich jetzt auch noch geschwimt ran. Da drüben ist nämlich noch eine Sturzfalle offen. Ich höre sie doch schon irgendwo, oder? So, Leute. In der Nacht baue ich dann doch nicht so gerne außer innen drin. Da macht es mal nichts. So langsam. Du kannst hier nämlich mit jedem Schritt was auslösen. Die ist auch durch. So. Wenn ihr jetzt noch irgendwo wüsst, wo der Eingang war, komme ich hier durch. Wenn ich es schaffe, schaffen die es wahrscheinlich auch. Ich stelle mal die ganzen Fallen auf. Vielleicht kommt ja noch mal eine kleine Patrouille zur Begrüßung durch. Hier ist aufgestellt. Den hier noch. Hier ist das Totem. Da müsste man normalerweise auch noch was machen. Noch ein paar Blätter anbringen. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier alle Lampen habe. Spannen wir das Zeug doch einmal komplett auf, oder? Ich habe keine Sticks mehr. Das war klar. Kurz. Dann machen wir uns kurz noch Sticks. Jetzt bleiben wir dran. Es gibt eine Dreierkombination an Fallen, die ich gesetzt habe. Die sind blöd zum Nachladen von innen. Weil du nicht überall dran kommst. Die ist soweit gut. Da könnte man dann zum Beispiel, bevor man geht, oder wenn man mal einen Tag zu Hause bleibt, könnte man hier zum Beispiel eine Stolperfalle hinmachen. Dass sie auf jeden Fall irgendwas auslösen. Egal, wo sie herkommen. Gut, ich brauche wieder Sticks. Kein Problem. Stickmäßig sind wir hier echt gut bedient. So, und egal, was sie jetzt angreift. Es ist so viel aufgestellt. Wir sind sicher. Ich würde sagen, wir sind hier echt sicher. Ich glaube, die Stelle war blöd hier. Ja, da müsste ich dann tatsächlich nach draußen. Komme ich hier durch? Ja, aber nur bis hierher. Ah, ich käme hin. Ich käme hin. Ich brauche nochmal einen Stick. Liegt hier noch irgendwas? Nö. Scheiße. Die könnte man noch aufstellen. Da liegt nochmal ein Lock. Aber Baumstämme, sagt er mir, brauche ich keine mehr. Ich bräuchte jetzt eher Sticks. So, dann da vorne ist ein Sticky. Den hole ich mir. Und halt Blätter. Blätter brauchen wir viele. Wir haben hier über 1000 Blätter veranschlagt schon. So, die machst du jetzt mal klar. So, Thema ist erledigt. Eine Falle war noch offen. Die hier noch. Das Schöne ist, das Nachspannen kostet halt Material ohne Ende. Jetzt habe ich keine Sticks mehr. Ich brauche noch Stein. Der Stein ist klar. Es muss noch eine Lampe irgendwo offen sein. Ich brauche noch für irgendwas ein Baumharz. Ich kann euch nicht sagen, für was. Guckt ihr das an. Was eine herrliche Front, oder? Absolut cool. Ich sehe jetzt aber nicht. Ich kann natürlich sein, dass irgendwo noch ein Blueprint ist, den ich gesetzt habe, der nie fertig geworden ist. Was ist denn da hinten? Da ist ein Stein. Nein. Nö. Okay, so sieht es dann aus, wenn man zu weit läuft. Okay, jetzt gucken wir noch drin im Lager kurz, ob da noch irgendwo eine Lampe ist, die ich nicht fertig gemacht habe, wenn ich da hochkomme. Ja. Ist gerade ziemlich dunkel, gell? So, Leute. Kann sein, dass da irgendwo eine Lampe ist, die ich jetzt nicht mehr habe. Machen wir halt beim nächsten Mal. Wir stolpern drüber. Es war schon mal in der Staffel so, ich erinnere mich. Es war schon mal so, dass ich irgendwo was offen gehabt habe und irgendjemand von euch hat es dann gewusst. Hier, die Lampen sind durch. Das ist der Wagen. Die Lampen leuchten auch. Jetzt kommen sie. Jetzt, wo ich fertig bin, gedanklich. Oh, die Tür ist noch auf. Jetzt ist sie zu. Federn gibt es morgen früh wieder. Das war es. Wir haben soweit alles verbaut, dass eine Harz wird sich noch irgendwann ergeben, wo es her muss. Warte mal. Nimm sie gleich mit hoch. So, Leute. Dann gehen wir morgen schwind los und holen die Blueprints. Müssen wir ein bisschen tauchen. Ich überlege gerade. Ob man da ohne Sauerstoffflasche runterkommt. Kann sein, dass wir das Tauchgerät erst holen müssen. Nicht, dass das zu tief ist. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, wir holen erst das Tauchgerät und auf dem Rückweg die Blueprints. Und dann haben wir alles zusammen, was wir brauchen. Und dann basteln wir uns die Kirche auf. So, kurzer Moment. Ich gehe jetzt einmal noch oben mit euch komplett außen rumlaufen, um zu sehen, ob ich irgendwo die Stelle finde, wo das Harz fehlt. Hier war ja nichts mehr offen, oder? So, mein Freund. Hänge das mal hier rein. Am besten von hinten. Hier so. Habe ich es jetzt liegen lassen unten wieder. Tatsächlich. Ich habe es nicht eingesammelt. So ein typischer Moment. Wir werden hier auf jeden Fall noch eine Brücke nach links und rechts ziehen, dass ich auch wirklich im Kreis laufen kann. So, meine Lieben. Wir linsen jetzt mal von überall noch mal ein bisschen runter. Schauen uns ganz kurz grob um und dann gehen wir schlafen. Hier sieht soweit alles klar aus. Hier hängt der Funzler drin. Ich dachte gerade, da leuchtet irgendwas. Hier sieht soweit alles klar aus. Ich sehe momentan nichts. Hier bei den Büschen ist natürlich schwer, was zu erkennen. Die Fallen stehen. Die Mauer braucht kein Harz. Irgendwo ist was offen. Ich kann euch nicht sagen, wo. Nö. Also, die nächsten Blätter werden wir unten anbringen, wenn wir da welche gesammelt haben. Und dann ist gut. So, unsere Verteidigung dieser Seite steht so gut wie ein paar Kleinigkeiten noch, ein paar Handgriffe. Dann haben wir das geschafft. Dann können wir uns um die Gestaltung unserer Base kümmern. Um den Schauplatz. Eigentlich ist ja kein Base, sondern immer ein Szenario, das wir kreieren. Hier unten geht es dann weiter, sobald wir zurück sind. So, meine Lieben, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich weiß gar nicht, welche Folge müsste die Freitagsfolge sein. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch und ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns morgen wieder zur altbekannten Uhrzeit. Und dann geht es natürlich weiter. Dann holen wir die Blueprints. Jetzt wollte ich schon sagen, wir speichern nicht mehr. So. 17.10, 17.10. Hier muss ich, ne? Alles klar. Fortschritt ist gespeichert. Bis morgen.